Musik Herzlich Willkommen Leute, hier ist euer Sebastian, euer Gamer Neighbor Und zwar mit der ersten Folge MXM Master X Master im PvP Ich bin dabei, der Fabio ist dabei Fabio, kennt manche von euch, ist einer der ehemaligen Mitgründer dieses Kanals Jetzt betreibe ich ihn ja, wie die meisten wissen, alleine Und wir schauen in den Multiplayer rein, wir haben da ein paar Runden aufgenommen Deswegen gibt es von mir so eine separate An- und Ab-Modi Und ja, ich wünsche euch dann viel Spaß bei dieser Runde MXM Alrighty Run, run, run Und da beholt er mich wieder eiskalt Das sieht man aus im Game, dass sich um die Mitte gefightet wird Jetzt gehen sie gleichzeitig, was ist denn Lol Okay Die machen einfach Die machen einfach eiskalt beide jetzt da Okay, Kollege, du hast jetzt schon ein bisschen Damage bekommen Äh, links kommt Hinter uns zwei, wir laufen da, Leben Ich kann entkommen, alles easy Ich weiß nicht, ob du das schaffst Switchen Ich geb Bodyblock, ich werd mich für dich opfern Lauf, lauf, lauf Oh, wir sind echt lebend aus den Gang noch rausgekommen Das gibt's nicht Zum Glück kann ich mit Tula, äh, Tulan so gut Los, Alter So gut, Dingsbumsen Ja, das sind jetzt die richtigen Pros, die wieder merke ich Jetzt ganken die Die Folgen haben ja nicht gegankt Die haben Deswegen hat der auch so offensichtlich aufs Maul bekommen, der Typ Ich glaub, das war noch nicht mal beabsichtig Der ist auch ein schlechter Typ Oh, der, der, ah, daneben, gib dem Der kann nix mehr machen Oh, der hat ne Ult Aufs Maul Na ja, beiden die Firstkills hier wieder Können mich mal Okay, jetzt muss ich aber switchen Unsere Ult ist auch ab Du bist mit Tula auch immer besser Ja, Mann, ich schau Diese Kombi mit den zwei Fähigkeiten ist schon nice Der eine hat's halt nur grad richtig verkackt Ja, ich konnte halt voll sehen, wo der hingeht Bin einfach nach rechts hingang Mh, komm mal zurück Vielleicht, äh, nicht die Dinger angreifen, ne Ich versuch die hier mal vielleicht zu ganken Ich hab nämlich dann Ab Pass auf, die kommen zu mir Fabio, bist du da? Okay, ich muss jetzt Oh, fuck, ich muss weg, Fabio Fabio, lauf bitte Shit, shit, shit Ich bin der Ulti gefangen Oh, ich kann Nein, ich bin verbrannt Haben die Nachbluten oder so drinnen? Brennen, ach, der kann das Du wirst, äh Von Ignus Angriffen verbrannt Oh, das ist miese Das ist miese Oh, shit Du lebst nicht mehr lange, oder? Ich versuch mich zu dir zu porten Der Gegner hat einen gefeilenden Helden beschworen Ich komme Nein Oh, ich hab fast beide gehabt Wo ist er denn? Rechts im Busch Nein Doch Los geht's Was, was ist denn das? Ja, holt mich noch Was ist das? Was für ein krasser Heal war das denn jetzt auf einmal von ihnen? Halt dich da fast voll Richtig krank Nein, ich wollte die nicht angriffen Okay, die pushen da aber auch richtig krass Ja, ich geh doch mal eben helfen Ich sag's dir, ey Kaum nehme ich auf Verlieren du es schon wieder, ey Es ist doch unglaublich Gegner Multikill Ja, läuft bei denen Jetzt auf einmal Zwei Runden hintereinander Keine Probleme gehabt Und jetzt trollen die und fucken richtig ab Oh shit, die sind zu zweit Ja, kann ich nichts gegen machen Also, ich brauche jetzt die Hilfe Sonst werden die Ja, okay Sie nehmen den Punkt ein Kannst du das abbrechen? Ich komme runtergefreundlich Naja, ich werde es nicht schaffen Ich komme nicht ran Ja, ich meine Einer Champion ist auch Ja, da haben sie es Wir müssen uns auch zurückziehen Ja, ich kann leider hier nicht fighten Fabio Mein Einer Champion ist schon so gut wie tot Ah, da sind drei Stück wieder Renn Na, renn du lieber Ja, ich komme weg Aber die geht Oh nein Und die Teamkameraden haben auch gerade ein fragwürdiges Positioning am Start Ja, das ist wie gesagt, ich ja auch nein Ja, ja Ich habe es nun mal mit meiner Aussage nur noch mal unterstrichen Oh nein Da kommt die mit Vierfachttötung Ein Hit Hab sie Bin dabei für wieder was selbst gestorben Äh Wo rennen denn alle hin? Ja, ich muss healen Neu Mein anderer Hero hat keine AP Ja, ich weiß, aber wir sind doch nur hier, um zu deffen In unserer Base Reicht es auch, wenn man einen Champion nur hat Die wollen ja keine Files hier richtig starten Nur deffen Alter, der Damage, ne Ja, jetzt zu handen ist aber auch, glaube ich, nicht Oh, das wird ein richtig krasse Punktematch Ich merke schon, ey Obwohl ich Naja, die dominieren uns echt hart Okay, ich muss definitiv weg Da rechts läuft irgendwo einer Genau, einen Vision Punkt einnehmen Oh lol Oh lol Boah, die Typen sind echt gut Wo zumindest nicht schlecht Anstatt die eine hier mal hilft Deft ihm paar Standard Minions, ey Der ist jetzt gerade einfach in der Ulti stehen geblieben Und ist halt dringend Ja, warum nicht? Ey, ey, ey Why not? Na, jetzt weiß ich auch nicht, warum der eine wieder so hinterherhuntet da oben Ach shit Ja, den wir schon Punkt, den ich gerade haben wollte Hier haben wir noch oben links, da spawnen gleich das Camp wieder Ja, bin auf dem Weg Also Punktemäßig liegen wir ja nicht auseinander Aber so ein bisschen Türme und Kills mäßig Ah, da oben kommt eine Und das ist auch noch die gute Und hoffentlich bemerken Geh du, geh nur das mal einnehmen Ich logg die So, ich hab meine Hälfte Ja Ja, die Ulti ist einfach zu broken Und ich konnte nicht switchen Ich weiß nicht wieso Egal, du hast es geschafft Das war wichtig Ja Alter Ja Fick dich Hab dich, bitch Hab dich Ja, ja Oh, da war einer Wo ist sie hin? Kriege ich sie hier noch? Da ist sie Ja 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 Hilfe Oh mein Gott Nein, 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 nein Ich bin allein Shit, Leute Ich versuche zu kommen Ich versuche zu kommen Oh, ich Ich bin noch richtig krass Ich hab ein Stun Also jetzt ist Jetzt müssen wir fighten Oder Ja, den haben wir Oh, nice War das close Ey, war das close War die mich wieder Ja, ich möchte mich Ach, ich drück die ganze Zeit V Wollt ihr es echt jetzt machen? Aber wenn wir das zu dritt Oder so Schnell machen Dann Schnell down Ich Ich port mich mal zu euch Ich port mich mal hier unten Dann lass die meinen glauben Dass wir hier gerade Am Titan sind Nice Okay, die wollen mich Nice Pass auf, du fightst gerade ziemlich hart hinter den Ja, das ist cool, das ist cool Oh, der Tank ist aber auch echt full Du musst irgendwas callen, ne? Ich komme hinter dir Ich komme hinter dir Ja, ich bin hinter dir Jetzt, jetzt, jetzt! Reiner! Nein! Ich kann sie Ich pussy zu mir hin Ich pussy zu mir hin Mit meiner Ult Fabi, ich kann gerade leider nicht viel machen, ne? Okay, wir haben es trotzdem geschafft Wir haben jetzt von viel, viel Von vier, zwei Leute rausgeholt Oh, wir müssen rechts Oh, shit Wir waren da wieder zu spät, ey Ja, dann müssen wir es jetzt treffen Und wenn ihr zerfaltet, bitte aufpassen Ach, shit, ich muss euch helfen Ich hab meine Ult mit ihr noch nicht ab Das nervt richtig Wow, du hast die? Nice Was, die ist tot? Scheinbar, oder? Nein, ich hab gedacht, weil ich du halt Ja, nice, nice! Oh, sie ultet Ja, hab sie, nice! Oder irgendwer Okay, Fabi, du bist gerade ziemlich deep Die Ult ist so krank Nein! Ich muss back Ich muss back Ich kann nicht mehr helfen Habt ihr eine fast bekommen Fabio, komm zu mir zur Not Schaffst du es? Gut Ach, zwei nur noch von denen am Leben Aber dafür sind sie jetzt hier aber auch gerade am Ah, die hauen hier aber auch ordentlich Druff, ey Ah, meine Fresse Wir müssen schnell Pukte einnehmen hier Die Blickpukte, die sind super wichtig Ja, ja, ich bin auf dem Weg Unten rechts, Gehchen Kannst ja den dann den anderen unten in der Lane einnehmen Okay, einer ist von denen gerade auf dem Weg zu mir Oder versucht den Typen im Die wollen in den Dungeon, oder? Ich glaube, die wollen echt in den Dungeon Okay, glaube ich nicht Das würden wir sehen Wir haben da so einen Punkt Oh, leu Ja, der war drin Hat geguckt wahrscheinlich, ob wir da sind Jetzt echt das Minion hier kloppen, Leute Ja, das war dumm Das war richtig dumm Oh mein Gott, war das dumm Oh mein Gott Shit, shit, shit Wenn die anderen das bemerken Ja, noch Ich muss von hinten jetzt am besten mit der Titaninkarnation kommen Oder wer auch immer das macht Da, okay So, ich hab Ult ab So, ich hab denen jetzt echt die Chance gegeben Ja gut, hat sie Okay, der lebt noch Nice, haben wir Oh shit, und da sind die schon wieder dran, oder? Ja, die haben das so Können wir nix machen Ey, die sind da echt schnell hinterher Das ist echt abgefahren Und dann geht mir Übelts auf den Keks Wir kommen grad nicht dazu Irgendwie was zu machen, ey Wir kommen da bei den Punkten Wir sind nicht hinterher, ey So was, hatten wir überhaupt schon einen jetzt davon? Weiß ich nicht Wir müssen jetzt aber auch echt aufpassen, wo die sind Wir sehen nicht, wo die sind, ne? Ja, aber wenn die da unten zum Ding ins gehen, sehen wir das Wir haben da immer noch Davor direkt vor dem Eingang so Ja Was wie ein Wort Ich weiß nicht, das kommt irgendwie von der Bank von selbst Ich hab Ult ab Zum Stun Lol, was ist das hier? Wieso treffe ich hier nichts? Was ist das hier? Was war das für ein Fight von ihm? Irgendwie stand er da Das war grad ganz verwirrend Okay, ich weiß nicht, was wir hier gerade auch wieder treiben Wir werden jetzt gleich alle sterben Weil wir in alle Gegner gerade reinrennen Bitte zieht euch zurück Bitte zieht euch doch zurück Oh mein Gott, das ist Fabio Ich glaub, hier wird's gleich echt heftig So, und jetzt bitte Rückzug irgendwie Oder was auch immer Ja, seine Range, ey Na, jetzt fehlt der eine da oben wahrscheinlich krepieren Aber da renne ich jetzt nicht hin Der rennt Ich weiß nicht, warum müssen die Gegner Also immer eher die Gegner so krass chasen Los mit dem Ich weiß es nicht Unsere? Jo Den haben wir Ja, nice Penta Oh, 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 yo Im Dungeon? Ernsthaft? Lol Macht die die gerade echt alleine? Ja, die ist halt dumm Hi Hi, tschüss Ja, komm mal Lass mal Ich will zwei von denen down Hey, sechsfach Kill Nice Oh, aua Nein, nein Mein Gott Komm wir gleich rein Ja, alles gut Alles gut, haben wir Gibt die Bitch Lol, lol Schnell Lol Hab sie Und ihr jetzt als nächstes Alles gut Glaube ich Glaube ich Achtfach Ich hab achtfach Und meine Rübe So viel hab ich noch nie gehabt Ey Oh, Sebastian Nice Ich bin richtig stolz auf mich Nice Oh, 9-1 Das läuft ja gerade richtig hier Okay, da sind wir gerade rechts Oh, bist du da? Wir holen dir das Denk gerade unten Ja, das ist nice Punktemäßig sind wir gerade auch gut vorwärts Also vorne Ja Vor allem nachdem wir dem Ding uns jetzt geholt haben 100 Punkte einfach drauf Jetzt müsst ihr vielleicht wieder einen Titan kriegen Ja, wir sollten mal gucken Ob die den vielleicht hier links gerade sogar machen Oder? Ja, ich bin mir nicht sicher Ich gucke einfach mal Sicherheitssalver Ne, die kennen die nicht Ne, die sind alle bei euch Äh, Teleport bei euch in der Nähe Ja, da Ja Ich komme Nein, ich hab's abgebrochen Hä? Nein, der Timer ist abgelaufen oder was? Gerade wo ich mich geportet habe Ist der Timer abgelaufen Und mein Ports dadurch jetzt auch weg Ein Gegner? Oder was? Weiß ich nicht Ja doch Die haben in der Mitte dafür das zum Deffen benutzt Deswegen jetzt Ich weiß nicht, wo du bist Bin hier unten rechts Okay Unten rechts Ja, ich bin irgendwo Zumindest Ja, ich lauf auch schon Zumindest hab ich einen Stun Falls er uns nachgekommen wäre Jetzt sind sie wieder alle normal Okay, jetzt kommen sie da aber auch zu viert Nimm ein Okay, sie wollen mit ihren Titan pushen Oh, die ist Solo Ich versuche mich mal von unten ran zu schleichen Warum leckt die so hart? Oh Oh, die scheiß Mauer Ja, lass woanders hingehen Das riecht mich grad mit Tulam immer noch so oft auf Dass ich an irgendwelchen Mauern hängen bleibe Ich kann Zur Not von unten mit einer Ulti kommen Okay, okay Die Ulti ist so bene Oh, du hast auch sechsfach über da rüber Nice Oh, den anderen Punkt Fabio Oh, hier Die ist hier in der Fabio Die kommt dir entgegen Nice Oh, hier ist noch einer Oh, hinter dir ist noch eine gewesen Fabio Denk dran, zu switchen vielleicht gar nicht Wenn du was hast Ich musste grad schon zu switchen Okay Alles gut Nimm du ein Ich def Ja, wir haben's Die haben aufgegeben Surrendert Sie haben aufgegeben Boah Ey, es läuft grad Drei Siege in a row Das ist richtig damn son Oh, mein Highlight Wie wir da unten im Dungeon kloppen Mein Highlight ist in der Mitte Wo ich gegen drei Leute alleine kämpfe Okay, hier hab ich halt wieder diesen Wo ich jetzt grad noch diesen Multi-Kill Yeah Hab ich zwei Stück da unten weggeholt Oh, Tulam ist echt ein Hurensohn Ey Zehn Kills Yeah Ausgeteilten Teamstand hast du am meisten Er läuft ja richtig hier Lol Too late Noob Yeah, right Das war ganz am Anfang, da haben die sich gebattelt Achso Mads Weil wir am Anfang ja erst so aussehen, als würden wir verlieren Boah Fabio, guck uns an, Alter 10,1, 10,2 Obwohl Du müsstest, ja hast auch eine Krone Wollte ich grad sagen Aber 80% Killbeteiligung Das ist auch echt heftig Ey Das ist echt krass 80% Das hab ich noch nie gesehen 60% Oder wie ich 68% Ist ja so Wenn's gut läuft Ey Aber 80% Ja, wir haben das Team gecarried Guck's dir an Wir haben das Team einfach gecarried Mehr kann man dazu im Grunde nichts sagen Das war schon echt Hart ey 107 Punkte auch Nein, das Gegnerteam war auf jeden Fall auch nicht so schlecht Das war ein krasses Game Das war ein richtig krasses Game, Alter So, das war's mit dieser Folge Es lief ja richtig gut Und hat mega Spaß gemacht Ich hoffe, es hat euch auch gefallen Wenn's das hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen Und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal Bei uns und bei uns und bei uns zu einer weiteren Folge MXM Haut rein, Leute